Und jetzt Filmor! Die heutige Episode trägt den Titel Der geklaute Hummer Erster Akt vom Hummer verraten Test Das glaub ich doch nicht Ach du heilige, heilige Das war sogar für dich sehr schnell Und, fühlst du dich gut dabei? Klar, glaub ich Ach was, was glaubst du nur? Glaub ich Was glaubst du nur? Glaube ich Was glaubst du nur? Für dich muss der Setti 9 doch wie ein Setti 9 gewesen sein Wie ein Bilderritzel für Vorschulkinder oder sowas in der Art Ja Also ich seh Sie, Mr. Collingwood Mr. Collingwood Ungenaukasse Ich hab ein Problem Ups, die Pflicht ruft Bis später dann S-T-O-P Stopp den Setti 9 S-T-O-P Stopp den Setti 9 Falsches Revier, Schwesterlein Verschwinde Sie Möwe D